Hey Leute, Darum Ostern ist zurück! Ostern ist wirklich die perfekte Gelegenheit, um deinen Glauben mit anderen zu teilen. Du hast bestimmt Freunde in deinem Umfeld, die Ostern feiern, aber gar nicht wissen, warum es Ostern überhaupt gibt. Deshalb haben wir auch wieder neue, gefühlte Realitäten entwickelt, in denen sich wirklich jeder wiederfinden kann. Vor allem auch deine Freunde, die mit dem Glauben eigentlich gar nichts am Hut haben. Und auch das Darum Ostern Magazin mit dem Evangelium nach Markus ist natürlich wieder am Start. Wir haben für euch digitale Produkte und Printprodukte rund um das Thema Ostern erstellt. Achso, und schau natürlich auf Darum Ostern.de slash teilen vorbei und lass dich von weiteren Ideen inspirieren, wie du dein Glauben an Ostern teilen kannst. Also, sei dabei bei Darum Ostern und nutze die Gelegenheit, um die Hoffnung von Ostern mit deinen Freunden zu teilen. Das war's für heute.